Radio SAW, morgens bei Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Ja, auch im Frühstück schaffe ich euch nicht mehr. Moment mal, warum denn eigentlich? Ich hab doch im Prinzip nix vor, oder? Joachim, sag mal, was mach ich denn heute? Äh, du wolltest doch mal was mit deinen hängenden Mundwinkeln machen. Was? Oh, ja, jetzt wo du's sagst. Ich hab mir auch extra dafür einen Ratgeber gekauft. Er heißt, was tun gegen die Merkel-Falte? Warte mal, hier steht, äh, legen sie den Kopf in den Nacken und formen sie gleichzeitig mit den Lippen einen Kussmund. Ballen sie die Hände zu Fäusten und stützen sie das Kinn drauf und versuchen sie mit der Zunge die Nasenspitze zu erreichen. Meine Güte, ist das kompliziert. Oh, Joachim, geh du doch mal bitte zu Thirio und sagen, ich mein Joachim, ja. Und egal wer das ist, ich bin nicht da. So wie ich gerade aussehe, kann ich auf keinen Fall vor die Tür. Morgens bei Merkels. Die besten Comedys für euch. Nur auf Radio SAW.